hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten folge von echo ich kann weiß jetzt wie man die wände bauen können ach ja die szenen anders aus okay will man das so ja das will man so ja und zwar wenn du diesen hammer ausgerüstet hast ja habe ich drückbar die schrift taste moment hammer shift mausrad ja geiler schmarrn aber ach so und dann noch loslassen die shift ja jetzt geht's geiler spiel macht man wieder spaß dieses game muss man schon sagen so dass wieder war ein sehr kleiner raum aber egal hauptsache größer sind reich ist ein haus da schauen wir mal ja etwas größer ist ja ist schon klar aber warum tut meine werkbank nicht das holz automatisch rüber das verstehe ich nicht bei dir tut es aber einem werkbank macht gar keine geräusche mehr kommt dazu das heißt uns fehlt das holz was doch das tut so automatisch rüber geben soll ich händisch jetzt rüber geben das holz ja weißt du woran es liegt ja das nicht auf einen grund ist nämlich an aber ja genau aber stockpile ist miteinander verbunden ja eben aber das nicht auf einen grund ist vielleicht deswegen ich habe jetzt mal inventories das ist die stockpile sind miteinander verbunden also dein zeug ist auch mit meinem zeug verbunden ja das musste ausstellen auf deiner werkbank dann jetzt komplett rein oder was als deutsch hast du linked inventory ist ja ich leider nicht weil storage ja das link bei mir raus machen da ist aber keine action drin jetzt ist er drinnen jetzt wäre es gelingt alles über cool das heißt ich kann dann von dir quasi die sache unternehmen stockpile da unten habe ich meine stockpile ok dann mache ich ja nicht aber coole sache ich kann ich jetzt eh noch nichts machen weil ich sehe dass noch drei stück habe ich aber da werden tomaten gegessen vom feinsten ein bisschen fliegenpilz noch heute nicht heute war da mushrooms ok machen party genau so machen wir das 11 da geht schon noch was dann immer noch was mit bisschen holz jetzt immer so doppelt türi ich nur das ganze geworden das fassen fuß zu kleine hütte auf jeden fall sie gehört viel breit eigentlich naja egal das kommt ein anderes mal da brauche ich kein fenster da kann ich mir dann direkt in so unseren eingang wie so ein bergwerk dann machen oder neuer direkt beim stein würde ich sagen ja so von unten dann halt das ist ja eh schon wie so ein was ich meine und wie aber ich komme zu dir das war einmal unten dann rampe runter macht wird auf der anderen seite und dann hier so rein dann hatte ich zurückgedacht wo ja kann man machen nie ach gott ich will da nicht runter hm gar kein holz mehr ja 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 Oh, meine Schaufel ist gleich kaputt. Die Schaufel ist kaputt? Geht das? Das geht doch nicht, oder? Ja, doch. Die nutzen sich ab. Ihr seid wahn, lol. Oh, fein. Noch die Lebensbalken. Ah, lol. Da gibt es das Lebensbalken. Stimmt allerdings. Okay, auch eine gute Idee, muss ich sagen. Ich glaube, das gab es damals schon, aber ich bin mir... Hm, glaube ich nicht. Zumindest war sie sicher nicht so schnell abgenutzt. Ja gut, aber was willst du denn erwarten? Das ist ja ruckzuck aufgebraucht. So ein Holzschaufelgedönster. So, dann müsste ich auf jeden Fall... Möchte ich so ein Carpentry-Table wahrscheinlich. Dann so eine Repair-Station. Ich brauche eine Repair-Station, okay. Witzig. Ach, die... Wie... Kann nicht mehr als vier aufnehmen. Steine, oder was? Ja. Ah, nee, geht doch mehr. Oh, Vincent's Haus nimmt Geld an. Mhm. Machst du mir sicher. Ah, du machst so ein Eck-Ding. Okay. So quasi ein Vorzimmer und sonst... Ja, Rest. Ja, da eingangen wird das sein. Ja, dachte ich schon. Cool. Ben, du musst auch nicht das Zeug in die Werkbank kauen, ne? Du kannst es dann einfach auf den Stockpile hauen und die Werkbank zieht es sich automatisch rein. Ja, ja, okay. Cool. Weißt du, wir sollten ja... Wir sollten nicht alles roten, irgendwie. Naja, das wird schon mal nachwachsen. Das geht schon. Ja. Aber das sieht es mir nicht schlecht, aber er ist... Die Bäume wachsen ja auch so nach, ne? Ja, das stimmt. Okay, das sind wir wieder hungrig. Mampfi, 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 Mampfi. Irgendwie wäre Fleisch mal nicht schlecht. Oder zumindest Korn, irgendwann mal in der Abwechslung mal. Korn habe ich nämlich noch nicht gefunden. Mampfi, 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 Mampfi. Mampfi, Mampfi, Mampfi. Oh je. Da wird schon irgendwo sein wahrscheinlich, aber... Die blauen werden mag ich keine mehr. Wobei, wann wir gerade Korn ungstrück gehen. Hm, werde ich hier demnächst machen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 da gibt es tomaten jede menge warum pickt ihr den stopp diese pflanze ist tot um ein gott rege ich habe eine tote pflanze entdeckt oh mein gott oh mein gott ja irgendwie glaube an jede menge tomaten auch ja aber sonst nichts ja aber wir können immerhin schon mal haben wir können schon ein paar sachen kommen also ich jedenfalls recht alle ich habe es gefunden oder hier kann ich finden kochen hasen irgendwelche fische gute hähne aber das müsste man mal jagen können das kannst du auch so gut ein club einschlägen keine ahnung ich glaube nicht ich glaube das geht nur mit pfeil und bogen ich habe übrigens korn gefunden ja das ist gut das was du gemeint mit der bachmann schaufel so relativ weit weg gewesen da habe ich kupfer und gold gefunden aber das ist so weit weg das ist 350 meter entfernt von meiner workbench ja ja das ist ja auch sehr weit ja schon also das macht dann keinen sinn so werde ich mir gleich einen mess gönnen wenn ich ihn schon gefunden habe ja geil das gibt bloß 0,12 nice one item ah ok und dann brauche ich 5 holz um reparieren ok das ist nicht schlecht sag es dir an was du brauchst zum reparieren gott sei dank ja das ist halt billiger als ich das werkzeug wieder selber herzustellen damals gab es das noch nicht mit diesen eh nicht ne brauch des des werkzeugs werden wir an da und neues werkzeug machen müssen eben mehr so viel wie wir gemacht haben hätten wir ständig neues werkzeug braucht gut ok geile ausflug hat sich auszahlt ich komme wieder retour ja bloß wir können noch nichts anbauen damit oder ich habe bin noch nicht farme also ich habe keine hake bisher also nö ich auch nicht ich habe aber erst kommen die punkte wo wir dann ruhe draus machen zur verfügung es war so eine saattruhe halt wo man die ganzen ja dann mach mal wie nennt sich das säte sammeln ja genau mit was sagen hasch war mord ich hab dich gesehen hey wie das wasser aussieht da hat's doch was ja mein gott ich wusste halt nicht wie wo ich hin machen soll weißt du ja so sieht sie mich ja sehr gut mehr leid am tag dauerkacken und ja so sieht es dann aus cool das gerät open okay item so dann gehen wir die schaube rein und sagen wird er dann sagt er uns not enough holz und er sage ich okay dann genau sagst du okay und holen holz das ist halt jetzt glaubt nur mit meiner stockpile verbunden das kann ich mal gucken naja das ist nur mit meiner stockpile ich mache das mal mit deiner stockpile auch noch mit sollst du einfach rein machen und gut forage collect wild corn ja das usb under any profession ach oder jeder wahrscheinlich hallo fuchs du hast keine angst haben ich kann nichts zu gut lachs ja will ich gern warum kann ich die loks nicht rein putten was soll das regi was da los bang die mussten hier in deinem stockpile machen ging es dann doch irgendwie bekomme ich dann meine schaufel wieder ja das geht instant hast du gesagt ja gut coole sache läuft aha und bei vincent ich städte hier hin und er steht und bei vincent das ist doch ein witz ach so tust du mal bitte mich noch in deinem deed item hinzufügen inventar das ist so eine urkunde und da einfach kopf zu regretter ist otto reist an und für sich beim deed ok also da stehst du bei autorist drinnen bauer exzeptes ok vor allem das ist auf deinem land sondern für sich eigentlich schon langer feuer nur ohne für das essen kochen halten ja ich glaube das hat sich aufkriegt dann ist hat er ewig gebraucht ok alles gut ja bei mir auch essen oder so hast du einfach rein damit ach guck mal das steht jetzt auch da was es akzeptiert zum zu brennen ok recht häusle weiter hier so ok vier stück noch und fertig bei mir regnet es nicht mehr rein regeln und hat ja noch nicht einfach geregnet schon gut aus ich glaube es gibt gar kein regen oder immer noch nicht also früher gab es keinen wenn mich nicht alles täuscht oder oder doch zumindest keiner den man sehen konnte gut jetzt habe ich doch tatsächlich zu viel material was macht nichts das kommt einfach rein in die und cool das erste mit dieser folge vielen tag euch fürs zusehen dass man daumen nach oben wenn es sich gefallen hat und bis demnächst wieder bei echo baba damit ja und Untertitelung des ZDF, 2020